Herzlich Willkommen hier zu Let's Play Day Z, hier ist euer LT Rustikal und wir sind unterwegs und versuchen unser Sorgenkind Schoko die Klamotten wieder zu geben, nachdem er ja sich ausgelockt hatte in ein Hochhaus und sich wieder eingelockt hat, um runter zu kommen, ist er gestorben. Ja, das sind die Fakten und ja, gucken wir mal. Hm, er müsste ja gleich irgendwo erscheinen, wenn du durch Elektro bist. Da ist Schoko, da treffen wir uns in dem einen Haus, wo du... Wo bist du dein Schoko genau, sag mal bitte mal eben. Äh, mitten auf den vier Schienen. Schienen, ja, okay. Bin ich ja mal gespannt. Schoko, da treffen wir uns in dem Haus irgendwas... Ja, lass mal auf den Schienen treffen, wenn es geht. Nee, wenn das hier so offen ist, das ist scheiße. Wisst ihr wie viele Rucksäcke ich mit habe? Bei dem Haus da oben, bei dem grünen. Genau. Ah, okay, klar. Wo wir uns mal alle getroffen hatten. Okay. Ja, da sind wir jetzt auch gleich von der Seite, da können wir hier links lang. Okay. Aber bleib mal vorm Haus oder neben dem Haus irgendwo. Wo ist das? Sind wir eher da als er, oder? Ich bin jetzt schon auf 50 Meter an dem Haus ran. Was sagen Sie denn? 200 Meter. Ich bin schon wieder twisty, ey. Woher kommen die denn? Vom Schrand, oder? Ja, ja, so ähnlich. Ich komme genau über den Berg. Fünf Meter vor dem grünen Haus wird mir erschossen. Nee, ich bin jetzt am Haus dran. Geh mal bitte nicht rein, ne? Warum? Ja, mach das einfach mal nicht. Es sind zwei Leute. Versteck dich einfach da irgendwo im Gebüsch, oder so. Grünes Haus. Geh mal die Uhrzeit auch im Auge behalten, weil es ist schon 51. Es lohnt sich. Auspacken, oder? Nee, nee. Na, außer du beeilst dich. Nee, nee, nee. Wir packen nicht aus. Wir warten dann. Machen dann einen Relog. Und dann gehen wir noch kurz. Das war's doch nicht schon. Naja, vorne sieht unser Packkünstler. Unser Weihnachtsmann. Hat ein paar Geschenke mitgebracht. Deswegen, das wollen wir euch dann noch gleich zeigen. Da, ähm, das grüne Haus ist doch gleich in der Nähe, oder? Ist hier links oben. Aha. Okay, warte. Guckt mal, ob ihr mich seht. Ob wenn ich jetzt ein Spieler wäre mit einer Waffe, ob ihr von mir jetzt haltet gemacht werden würdet, oder nicht. Wir gucken mal, hinter der Straße, das dauert noch. Ach so. Ja. Meiner will was zu trinken, aber ganz hurtig. Oh ja. Oh. Oh ja. Das war's für heute. Bis jetzt außerhalb des Hauses oder im Haus? Außerhalb. Okay. Ja, ja. Ach, das grüne Haus bei Elektro oder was? Da, wo man auch saufen kann. Nein. Nein? Auf der Nacht der Tankstelle. Links oben. So gibt's hier noch mehr. Genau hier vor uns jetzt. Siehst du irgendwo einen Vogel? Ich hab eh einen Vogel gesehen. Wo, wo bist du? Tot. Was? Hier war der zweite tot. Pum pum, tot. Tot, tot. Du sitzt da unten im Gebüsch, oder? Wo? Geben wir auf, dass ich gerade zu renne, oder? Immer noch tot. Pum pum pum, tot. Schön. Pum pum pum, komm raus. Seht ihr mich jetzt? Hä? Geht nicht echt nicht. Komm jetzt raus. Guck, 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 guck. Ja, wenn du nicht weißt, wo? Ja, geret dich mal um. Guck mal nach Elektro. Da. Hier sind so viele Gebücher. Soll ich schon mal auspacken, oder? Nein, 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 nein. Warte, warte. Hier kriegst du noch deine Schuhe. Meine Handschuhe. Aber ich glaub für die Roundbox hast du keinen Platz mehr, ne? Ne. Okay. Ich krieg auch schnell irgendwas. Ich muss erstmal was trinken. Du hast den Rucksack, Schoko. Ja, ja, ich hab hier eine Axt gefunden. Und seid ihr im Haus drin, oder? Ich nehme den Schupp. Schau die Axt weg, ich brauche eh keine Axt, das ist tot. Ja, ja, der Schoko. Schoko, komm mal her, ich hab hier noch was für dich. Ich glaube, das ist das, was du im Kopf hast. Soll, wo hast du hier her? Ja. Oh, da drinne. Ja, natürlich, dankeschön. Hm, ist da Waffe drinne, ja? Dann kann ich dir da eigentlich schon das geben hier. Warte mal jetzt hier, wo die Kette. Hab ich auch. Nein, sonst warten wir geschön auf dem Server-Neustart. Das sind noch vier Minuten. Vier Minuten ist ein Server-Neustart. Was, so viele Kugeln hast du sogar verschossen? Du sogar nachladen musstest? Äh, nein, ich nehme mein Magazin hier. Nein, hier, weil du hast ja hier einen 40er draufgemacht. Da hast du nachgeladen einmal, oder? Nein, nein, ich hatte das Magazin auch versehen draufgemacht gehabt. Dann wollen wir hier bleiben, um dann die Sachen auszupacken, oder? Ja, ja, würde ich sagen. Kommt ein Zombie auf uns zugelaufen. Wo? Hast du? Ja, hab ich erwischt. Präsinenschuss. Hast du da hinten eine Cola-Dose haben? Was für eine Cola-Dose? Ach, die da ganz hinten. Hahaha. Ich krieg die. Hast du? Äh, war nicht ganz. Ja, gleich startet der Server neu. Und dann könnten wir eben kurz das machen, was wir machen wollten. Ach, hab's ja. Löll. Kriegt auch alles. Ja, also ihr wollt jetzt hier bleiben, ja? Hier ist es doch sicher drinnen. Ich frag noch. Ja, nicht ganz sicher, aber. Äh, Dosen öffnen hast du jetzt gerade nicht, ne? Heilgeil. Glück, glück, glück. Ein frisches Bluna. Da ist wer müde. Nichts gewohnt, die Jugend. Bauerstoff machen. Ja, ja, ja. Da gehört ja sonst immer um elf ins Bett geht, ne? Ja, ich bin auch alter Mann, das ist nur mal so. Ja, nur zwei Jahre oder so. Ja, zwei Jahre, zwei Kinder. Weiß Bescheid. Das macht ein älter. Oder lässt ein ältern, ältern, auch was auch immer. Ältern, ja. Ja, fick dich. Ich werd aber auch müde, muss ich ehrlich sagen. So, was ist jetzt hier? Wo bleibt der Server, Neustart? Ich würd' ja gerne noch, wenn wir das eben gemacht haben, da noch ganz kurz nochmal durch Elektro gehen, was? Gelbe Kette Ja, ist aber nachschloss Jippie, jay, jay, schweinebacke Ja, wer joint als erstes auf den Server? Nicht so viele, weil sonst haben wir ein Problem Sonst wird da wegen Überfüllung geschlossen, wisst ihr doch Ich guck mal meine Favoriten, wisst ihr? Kann ich schon machen Ich bin noch auf dem Server drauf, deswegen könnt ihr nachjoinen Ich bin noch nicht runter Und unser Let's Affen mit Waffen Und unser Let's Play Session endet ja heute Nacht sozusagen Und Noch 10 Minuten können wir die Zuschauer nerven Ich join jetzt raus So Aber ich find euch jetzt grad nicht irgendwie, das find ich doof Freunde Verlauf Ähm Warte mal, ich geb mir den Verlauf nur 5 ein Mal gucken, warte, mehr dann anzeigt Okay, da zeigte mir immer noch zu viele an Ähm Dann schreiben wir mal Affen rein Mal gucken Ähm, da zeigte mir gar nichts an Doch Ne, Affen Aschaffen Nur Affen im Team Ach, scheiße, Dreck Seid ihr schon auf dem Server? Ähm, ich bin die nicht Fohren sie? Ich hab auch noch nicht Ihr seid mir nicht nachgegangen? Okay Ich hab's nicht angezeigt Okay Ja, was machen wir jetzt? Affen mit Waffen, ich hab's Mann, 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 Mann Wenn man nicht alles alleine machen muss Es dauert ja im Moment, bis der wieder oben ist Jajaja, ich bin jetzt drauf Sozusagen Ihr könnt nachjoinen Ähm, ich komm Erschein Komm in der Öffentlichkeit Nein Und ich hab Ein Farbbuck grad wieder Fuck Wie krieg man den denn weg? Ach, da Äh Was ist jetzt hier schiefgelaufen? Ja Ach, bitte Ich bin schon wieder durch die Wände geglitscht Im Haus aus Lange ist auch scheiße Mann Ja, oben ist es auch scheiße Äh, aus Ja, ich war ja oben Wie komm ich jetzt hier raus? Ja, aber ich bin normal Kommst du ganz runter? Da, ich bin draußen So Mann, Alter, ist das nervig Ja, ich hab rote Verbindung Ja, die hat jeder jetzt wahrscheinlich Ja, aber bei mir leckt Ich komm nämlich unten nicht raus Ich auch nicht Ich hatte Tür aufgemacht Du hast wahrscheinlich auch aufgemacht Nee, es steht auch noch bei meinen ganzen Sachen Im Panel da Ah, okay Ist natürlich blöd Aber andererseits Ist das natürlich blöd Alter, wir haben auch Desing Ohne Scheiße Also ich hab Zehntausender Ne, Hunderttausender Ich hab null Ich würd jetzt sagen Kacken 30 Geh ich jetzt runter Zu Elektro Ist das Elektro? Ja, ne? Kann man hier nicht hier Das filmen? Ja, würde ich schon Aber wenn wir jetzt Wenn ich hier nicht reinkomme Und du nicht raus Ist das schon ein bisschen Hinderlich beim Film Elektro ist aber auch Nirgendwo reinkommen dann Werde ich ja sehen Also wenn Können wir uns an der Feuerwehrwache treffen Ich wollte hier oben jetzt die Sachen auspacken Ja komm dann eben zur Feuerwehrwache Ich geh jetzt eben schneller hin Ich hab die Untersitzung abgebrochen Nein Ja Aber warum Ich auch Ja, warum Ja, andere dann suchen wir einen anderen Server Ja, wir gehen mal auf die Nervenheilanstalt Ich warte Ich habe schon einen Server glaube ich gefunden Bin mir nicht sicher Warte 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 Jetzt bin ich auch auf dem Server Also Hab ja gesagt Warte kurz Ja, bei der Nervenheilanstalt weiß ich aber Dass der auch um eins neu Was? Dass der neu gemacht wurde Ja Ja, dann Komm ich dir nach Aber da sind mehr als fünf drauf Eben waren zwei mit mir drei Okay Dann verbinden wir mal 99 Sekunden Nervenheilanstalt Aber ich möchte trotzdem noch Einmal kurz durch Dings durch Gleich Oder Vielleicht doch nicht Weiß ich noch nicht This is a PVE-Server This is a PVE-Server Das interessiert aber fast keinen Das haben die wegen uns geschrieben Weil Sati, Mich, Huddy und ich immer auf dem Sommer waren Ja, aber Es interessiert eh keinen Es hält sich da eh fast keiner dran Dann können sie PVE Ich schieße nur auf welche, die Hardcore voll equipped sind So wie ich Sofern jemand eine Waffe zieht Schieße ich Und da kann es auch nur eine Magnum sein Das ist völlig egal Alles, was mir gefährlich wird Wird erschossen Ich schieße auch auf mich Ja, auf dich nicht, warum? War auch gefährlich für andere Ja, für Ja, wollte ich gerade auch sagen Für Notos wahrscheinlich sehr, ja Geh weg Ich zähle bis drei Eins, zwei, drei Aber er ist ja erstmal, glaube ich Aus diesem Let's Play-Geschichte weg Ähm Der meldet sich ja auch nicht mehr Und deswegen Doch, der war gestern online Ja, in Steam Nein Der war gestern auch im TS Er hat gesagt, der war zwei Wochen lang In England oder so Ah, okay Ja, bin ich mal gespannt Weiß ich nicht Ich mach mir da keine Hoffnung Und ist auch alles okay so So, dann sollten wir Ne, wir looten gleich nicht Also wir machen jetzt kurz Dein Weihnachtsgeschenk da auf Und dann ist gut Nimmst du Tor 1, Tor 2 Oder Tor Trishogo? Please White steht bei mir Jetzt schon wieder 100 Jahre Ach, was ist das hier? Ja, der braucht ein bisschen Das ist ne Folge Für den Arsch Na, ja, 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 ja Na, warum steht der bei mir So lange, please wait Okay, dauert es noch 85 Sekunden Ja, ich komm hier überhaupt nicht drauf Ja, das dauert bei dem ein bisschen Ja, wir können Ja, wir können Nicht jetzt hier 50 Jahre warten Das geht nicht Also ist der Server auch nicht so gut Zumindest nicht für die Übersetzung Please white, please white Please white Also wenn bis jetzt noch Ich warte noch eine Minute Dann muss ich kappen Weil so lang kann kein please white da stehen Also dann muss es ein richtig schlechter Server sein Oh Was denn? Hier ist es dunkel Ja, okay Hotcourt dunkel Okay Du hast bis jetzt erst gejoint Obwohl du 99 Sekunden vor mir hattest Mit 30 Sekunden Alter Heftig Was ist das denn, ey? Alter Mann muss gleich ins Bett Also Ich glaub Das ist ne Session gewesen Die mir gefallen hat Ich glaub es hätte mir mehr gefallen Wenn wir Punkt 1 Ein klein wenig mehr Action gehabt hätten Und Punkt 2 Vielleicht nur 1, 2 mehr gewesen wären Und Punkt 3 Schoko nicht gestorben wäre Schoko steht bei dir immer noch please white? Ja Aber es hat es auch gerade angezeigt Okay Aber hier ist es vollkommen dunkel, ne? Ja Das ist ja nicht das Problem Das kann man ja ändern Mehr oder weniger ändern Ich hab hier die Hedgekammer Ich hab hier die Hedgekammer Heddings Player Signature Verbindung zur Sitzung abgebrochen Ja Fonsi verliert die Verbindung Also würde ich sagen Das lassen wir jetzt mal sein Das war's jetzt von Let's Play Daisy Sehen wir die Weihnachtsgeschenke Vielleicht morgen Oder gar nicht Wissen wir nicht Aber es macht keinen Sinn Da weiter zu warten Ich hab schon gedacht Dass der Server nicht so gut ist Weil so lange braucht keiner Nee nee Das liegt nicht an dem Server Das liegt bei mir bestimmt da dran Weil ich die ganzen Rucksäcke In der Namba gepackt hab Ja aber ich bin immer noch bei Wait Also Ich kenn einen anderen Server Da steht auch Wait Aber nicht 5 Minuten Das war's von Let's Play Ich bin raus Ciao Ui